Hallo. Hallo. Wir sind heute nicht beim Aufruf zum Kielander Schrankcheck, sondern beim Christmas Room Check. Euch fehlt vielleicht die Inspiration, wie ihr in weihnachtliche Stimmung kommen sollt oder wie ihr überhaupt dekorieren könnt. Wir können euch helfen. Und zwar kommen wir zu euch nach Hause und dekorieren einen Raum weihnachtlich. Genau. Was ihr dafür tun müsst, schickt uns einfach mal eine E-Mail mit dem Foto von dem Raum, den wir dekorieren sollen und vielleicht den Grund, warum euch die Inspiration fehlen. Und ja, an mode-santa.de. Und dann kommen wir vielleicht schon bald mit so einem Windlicht bei euch vorbei. Ja, und euer Raum wird vorweihnachtlich erstrahlen, hoffentlich. Bis denn! Bis denn! Bis denn! Bis denn! Bis denn! Bis denn!